Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Woji, spring rein. Jörge, egal, schlag ein. Gott sei Dank kommt dieser Junge. Ich hab's bisher auch allein geschafft, Dad. Ja, klar, John. Wir sind hier kein Obdachlosenasyl, verstehst du? Kein Problem für mich. Es ist wunderschön hier. Aber einsam nicht. In meinem Land ist der Frühling ganz besonders schön. Dir ist schon klar, dass er zum Arbeiten hier ist? Es ruht jetzt alles auf deinen Schultern. Was willst du? Ich will, dass es anders wird. So wie ich es möchte. Ich will, dass er nicht mehr ist. 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 Vielen Dank.